Eigentlich macht der DAX seine Sache ganz gut, zumindest mal unserer Erwartungshaltung nach, nachdem er ja nicht korrektiv hier unterwegs war auf dem Weg nach unten, wir haben es gestern ganz haarklein auseinander genommen, haben wir schon vermutet, dass wohl diese Zone eigentlich die große blaue Zone gegebenenfalls mit Vorzug so in diesem oberen Bereich, das wäre so ungefähr 15.600. Wir haben es jetzt ein bisschen unterhalb schon gesehen, aktuell, ihr seht es 15.554, also ein bisschen tiefer ist er schon gelaufen, allerdings das ist noch völlig in Ordnung, auch 15.400 wäre noch in Ordnung, das würde der Sache noch keinen Abbruch tun. Wir können mal gucken, wie tief es denn nach verschiedenen Kriterien jetzt tatsächlich gehen kann, können wir es vielleicht schon ein bisschen genauer abschätzen. Dazu gibt es ein paar Hilfsmittel, zum Beispiel Symmetrien sind ganz gute Indikationen dafür, wie weit der Markt noch geht. Gucken wir doch mal, wie weit war denn der erste Teil gelaufen, dafür messen wir mal von dem oberen Teil bis hier runter, das wäre eine Variante und dann legen wir es noch mal hier an, dann sehen wir, das wäre ungefähr 15.500 die gelbe Marke, also das wäre ein Teil. Man könnte sich noch ein bisschen darüber streiten, ob man das nicht eigentlich ein bisschen anders messen müsste, das war jetzt der falsche. Ob man es ein bisschen anders messen müsste, nehme ich von oben nur bis hier irgendwo im Rahmen, dass das eine Seitwärtskorrektur ist, dann kriegen wir hier im Prinzip so eine Kiste, wo wir jetzt theoretisch sind, also irgendwie sowas in der Richtung. Wenn ihr jetzt sagt, wie kommt ihr denn auf die Idee? Das liegt daran, dass das nicht so richtig korrektiv ist, also die Vermutung ist, dass das vielleicht eine Seitwärtskorrektur hier ist. Aber das ist mal eine steile These, da will ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehen. Aber wir haben zumindest mal so ungefähr eine Abschätzung. Was viele nicht wissen, viele denken immer, naja, jetzt guckst du schon die Charts, dann wirst du ja wissen, wo genau was passiert. Nein, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir wissen, wo typischerweise Marktteilnehmer eben drauf gucken, was so klassische Verhaltensformen und Größenordnungen sind. Nicht, weil das ein Naturgesetz ist, sondern weil Marktteilnehmer sich häufig an diesen Marken dann orientieren und das gibt dann vielleicht eine gewisse Hilfe. Eine andere Hilfe sind sowas wie Extensions, Fibonacci Extensions. Das würde man von diesem Tiefpunkt hier messen quasi zum Hochpunkt. Und dann haben wir hier diese dünnen Linien, die 127er Marke. Da sind wir jetzt quasi in der ersten gelben Linie, so halbwegs 15.580. Die nächste wäre dann im Rahmen der 50. Ihr seht diese rote dicke Linie, das ist die 50% Fibonacci Retracement Marke. Die liegt ungefähr bei 400, 15.400. Also möglicherweise müssen wir so in dem Rahmen damit rechnen. Und eine weitere Gegenbewegung, die man mit der Extension messen kann, ist von hier bis da oben. Auch das ist ja eine Gegenbewegung. Und dann sehen wir, da ist die 127er ebenfalls hier und die nächste Marke dann hier. Also ihr seht, wir haben mehrere so Unterstützungskluster. Das ist nicht notwendigerweise, dass der Markt dann exakt an diesen Clustermarken dann entsprechend dreht. Aber es ist durchaus eine ganz gute Orientierung, weil dann der Markt doch relativ häufig, wenn ich mal das hier messe und das mit dieser hier vergleiche, dann sehen wir diese Größe und diese Größe ist gleich. Und wenn ich das natürlich dann hier nochmal, ich mache mal die grüne Markierung dafür, hier anlege. Klar, das ist dann mit der gelben wieder identisch. Also ihr seht, dass dann doch an vielen Stellen Übereinstimmung ist. Da unten, die lassen wir vorläufig nochmal weg, weil alles, was da unten ist, das ist kein bullisches Bild mehr. Wir haben ja schon gesagt, also wenn es hier drunter geht, 15.100 in etwa, so unter die 200, spätestens dann steht der Markt im Verdacht, wirklich noch deutlich tiefer zu gehen und zumindest mal vorläufig die 18.000er Marke nicht mehr anzusteuern. Noch ist es nicht vorbei. Also wer jetzt schon sagt, das ist jetzt völlig unmöglich. Nein, das ist es nicht. Natürlich ist es möglich und nicht unrealistisch, dass das passiert. Deshalb arbeiten wir ja mit Stops und mit solchen Marken. Ihr erinnert euch, hier ungefähr in diesem Bereich hatte ich das angedeutet, 15.100, spätestens vielleicht ein bisschen höher, 200. Da geht das Ganze los mit, Achtung, Gefahr. Aber alles bis dahin wäre noch eine ganz normale mögliche Korrektur, dass wir hier im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie was, A, B, C hier im Prinzip haben und danach noch mal nach oben. Ist alles noch völlig normal und noch gängig. Jetzt habe ich ja schon wieder von der Aufwärtsrichtung gesprochen. Sollte man jetzt dann einfach reingehen, denn wir sind ja jetzt da, da bin ich überhaupt kein Fan davon. Nur weil hier irgendwo in diesem Umfeld hier, wo jetzt auch ganz genau eine Unterstützungsmarke ist, deshalb sage ich, dann gehe ich doch da schon mal rein, dann bin ich am tiefsten Punkt eingestiegen, vorsichtig. Im Moment fällt der Markt. Never catch a falling knife. Also solange er fällt, Bälle flach halten, nichts machen. Also da dann nicht jetzt unbedingt reingehen und sagen, ich mache das jetzt schon mal. Was ich bräuchte, wäre mindestens hier eine Wendeanzeiger. Das könnte zum Beispiel eine Umkehrkerze sein. Wir hatten hier so eine. Man sieht das. Ne, das war gar keine. Jetzt wo ich es mir anzeigen lassen. Hier beim Dow hatten wir da irgendwo an einer Stelle eine. Hier war es jetzt keine. Da hatten wir so ein bisschen eine Wendekerze. Es ging auch ein bisschen hoch. Aber ihr seht, Wendekerzen alleine reichen nicht aus, um zu zeigen, dass der Markt kilometerweit nach oben geht. Dieses Verhaltensmuster könnte aber bald zu Ende sein. Also wenn wir hier irgendwie eine Wendekerze haben, wäre ich mutig genug, zumindest mal eine kleine Position hier zu öffnen. Das Chance-Risiko-Verhältnis wäre entsprechend groß genug für einen Trade. Aber im Moment gibt es null Anzeichen für die Long-Seite und dementsprechend bitte nicht jetzt einfach reingreifen. Wir sind doch da. Dann kann ich doch da jetzt schon mal irgendwie was machen. Tut das nicht. Tut euch selber den Gefallen. Macht das nicht. Wartet, bis der Markt irgendwelche Anzeichen bietet. Wenn der Markt allerdings keine Anzeichen bietet, sondern hier unten durch ist, spätestens dann solltet ihr ernsthaft davon ausgehen, dass wir auch die 14.400er, 450er Marke durchstoßen. Und also das ist hier diese Marke. Die sollte man dann tatsächlich im Petto haben und dass wir sogar noch tiefer gehen. 14.000 halte ich dann für realistisch und durchaus für machbar. Und dann wird neu entschieden, ob vielleicht das 8000er Bild zustande kommt. Ich hatte ja beide Marken angegeben. Nicht im Sinne von eine davon wird es werden. Ich meine, das ist jetzt billig, nicht, sondern das sind zwei Szenarien, die völlig gegeneinander laufen. Und wir müssen halt gucken, an welcher Stelle wird das eine Szenario realistischer und welche an welcher Stelle das andere. Und dafür bieten sich eben diese Levels an, über die wir immer wieder reden, wo vorläufig zumindest mal das Momentum rausgeht aus der Geschichte. Also sprich, wenn diese Marke erreicht ist, dann würde ich eher davon ausgehen, dass wir hier Richtung 14.000er ganz grob jetzt hier nochmal runtergehen. Und dann wird dort entschieden, ob der Markt dann sagt, ne gut, meine Güte gehen wir halt doch noch. Oder ob die Marktteilnehmer sagen, jetzt könnt ihr uns mal, jetzt haben wir so viel verloren, jetzt machen wir sogar mit Schub nach unten. Aber die Entscheidung wird hier gefällt. Und ein Fundamentalist unter euch wird jetzt völlig zu Recht sagen, naja, das hängt ja auch ein bisschen von den Nachrichten ab. Richtig, je nachdem, welche Nachrichten da sind und wie die Marktteilnehmer darauf reagieren, wird dann hier der eine oder der andere Weg eingenommen. Aber im Moment zumindest mal ist man nicht zwingend auf der Suche nach der bullischen Seite. Noch ist aber alles okay. Also man muss noch nicht in Panik rausgehen. Aber achtet drauf, wir nähern uns langsam der Marke, die dann eben entscheidend ist, also wo man dann überlegen kann, ist das wirklich noch das, was wir wollen. Wir werden es im Auge behalten. Beim DAX ist das ja ganz schön, nämlich ziemlich genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Beim Dow Jones dagegen ist es genau nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe die Skizze von gestern noch mal drin gelassen. Also gestern sah das in etwa so aus zur Zeit des Videos, denke ich mal zumindest, oder im Laufe des Abends dann. Das war so halbwegs, das hier, das sieht korrektiv aus, wenn er nach oben kommt und danach noch mal eine Korrektur, dann habe ich gesagt, ist das hier unser Einstieg. Das ist ein Klassiker, das machen wir immer so. Also zumindest mal, wenn wir es sehen, wenn wir es wahrnehmen, wenn die Größenverhältnisse stimmen, das wäre super. Und jetzt gucken wir mal, was hat uns der Markt geboten? Das haben wir gewollt. Dann hätten wir hier bestellt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein bisschen, ihr geht in ein Restaurant und sagt, wenn das auf der Speisekarte ist, dann bestelle ich das. So ist das ungefähr. Wir sind ins Restaurant rein. Guten Mutes, die haben bestimmt mein Lieblingsessen. Das sieht von außen super aus. Und dann kommen wir rein und der Speisekarte zeigt nur so Wasser. Na gut, dann bestelle ich das natürlich auch nicht. Also es gibt keine Chance hier auf der Longseite. Das war also offensichtlich nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir müssen jetzt nach Alternativ-Szenarien gucken. Auch beim Dow ist nicht die Welt kaputt gegangen, denn wir hatten es ja angesprochen, wenn auch nicht so. Also hier hätte ich es mir noch eher vorstellen können. Dieser Ausflug war sehr hoch, aber nach wie vor galt ja diese Variante als möglich. Das war nicht mein Präferiertes, weil ich ja eher davon ausgegangen bin, dass das korrektiv ist und wir dann entsprechend Long gehen, wenn er das macht. Und wie immer, das habe ich ja gesagt, wenn ihr langfristig Long seid, bleibt die 78er Marke, ungefähr 33.100, eine übergeordnete Stopmarke. Wenn ihr untergeordnet Long seid, dann müsst ihr natürlich enger ranziehen. Zum Beispiel Supertrend, Parabolik, dann seid ihr da irgendwo oben raus geflogen. Je nachdem, für welchen ihr euch entschieden habt, seid ihr da raus geflogen, weil der Markt eben nicht das macht. Und ihr seht, dass diese grünen Pünktchen oder roten Pünktchen in der Trendphase nicht zwingend perfekt, aber doch ganz gut sind, so dass man sagen kann, okay, wenn ich gar nichts anderes weiß zum Stopp nachziehen, dann ist das eine ganz gute Methode. Die späteste Variante wäre hier gewesen, die ist schon sehr unsymmetrisch gewesen. Also das Zwischenruck hier an der Stelle, das sage ich ja auch immer wieder, da darf es keine Überschneidung geben. So, also insofern aktuell mit den bullischen Bildern vorläufig, im kleinen Bild zumindest mal nicht erkennbar. Das große Bild hat sich nicht verändert. Also das hat noch nichts verändert daran, dass das eine scharfe Bewegung ist und das vorläufig ein Dreiweller ist. Nur wenn wir hier durchgehen, sollten wir hellhörig werden wie 60er Jahre Plattenbau. Nur wenn der Kurs hier durchgeht, dann sollten wir sagen, jetzt springen wir auch noch aus dem Erdgeschoss, denn jetzt sind wir schon so tief. Jetzt werden wir auch diese Marke hier durchstoßen und wenn wir die, also das werden wir nicht zwingen, das kann ich euch nicht versprechen, aber die Wahrscheinlichkeit ist enorm hoch, dass wenn wir die 33100 sehen, dass wir die Tiefmarke hier durchstoßen, das ist die 25. Mai Marke und wenn wir die durchstoßen, ist es sehr realistisch, dass wir die Mai, Quatsch, die März Marke hier Mitte März noch mal durchstoßen und damit Richtung 31500 kommen und vielleicht auch sogar bis 31000 runtergehen. Das heißt, an der Stelle spätestens sollten wir die Reißleine ziehen. Trotz alledem haben wir noch weitere Indizien, die wir da zur Hilfe nehmen können. Messen wir noch mal Fibonacci Retracements. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Die blaue Kiste, ich zeichne sie noch mal ein. Wir waren dort, allerdings nicht so richtig korrektiv. Insofern ist es gar nicht so abwegig, dass wir hier A, B, C noch mal runtergehen. Gucken wir noch mal auf Symmetrien. Gucken wir noch mal, wie weit war dieser Rücksetzer ungefähr. Dann der Anstieg. Dann landen wir ungefähr bei 33.640. Bitte, bitte nehmt das jetzt nicht Millimeter genau. Es geht nur so um die Größenordnung. Das heißt, ich sag mal ganz grob würde ich jetzt mal sagen, so diese Kiste wäre eigentlich ganz gut. Also vermutlich hier noch mal tiefer, damit wir fallende Hochs, fallende Tiefs haben. Also das wäre durchaus nachvollziehbar, dass wir das haben und in diese Kiste eben reingehen. Wer die Kiste nicht gut erkennen kann, 33.800 in etwa. Die gelbe Marke, das ist die Symmetrie Marke, die liegt bei 33.640 circa und die untere 33.500. Alles der Dow Future. Wir können noch mal die Extension messen. Lass euch nicht stören, dass der da im Hintergrund lädt. Die Extension messen wir vom tiefsten Punkt der Gegenbewegung bis zum höchsten Punkt der Gegenbewegung. Das ist dann also quasi von hier hochgemessen bis da. Und ich habe es jetzt vielleicht Millimeter verrissen. Ihr seht, dass der ein bisschen... Na komm, wenn, dann machen wir es richtig hier. Das Auge tradet mit. Machen wir das hier nochmal weg. Also vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt messen. Mal gucken, ob ich den hier richtig... Den gelben habe ich nicht richtig. Guck mal, das ist eine schöne Übung. Haben wir schon gesehen, was falsch läuft. Also nochmal. Wir messen vom... Mir fehlt mein kleines Quadrat hier. Sonst kann ich das immer genauer sehen. Also vom höchsten Punkt gemessen zum tiefsten Punkt. Dann tatsächlich an den höchsten Punkt anlegen. Zack. Dann ist es hier die Marke. Also 670 in etwa. Und dann machen wir noch die Extension. Die Extension ist vom tiefsten Punkt gemessen zum höchsten Punkt gemessen. Und dann seht ihr, dass die 127er, das ist nur eine dieser Marken, dass die einigermaßen auf ähnlicher Höhe ist. Also ich habe mal die Vermutung, so ungefähr die Zielgröße sind ungefähr 33.750 bis in etwa 33.485. Irgendwie sowas in der Richtung. Das als Zielbox. Und bis dahin ist alles in Ordnung. Ich finde das jetzt auch nicht so toll. Wir sind auch, glaube ich, bei ein, zwei Sachen jetzt rausgeflogen. Wir ziehen ja die Stops immer hinterher. Und bei denen, wo wir die engeren Stops haben, da fliegen wir natürlich in so eine Situation raus. Da sage ich mal, na danke, so richtig schön ist das nicht. Aber wir sind nun mal schon im Aufwärtstrend und haben schon ja einiges miterlebt. Die engeren fliegen halt raus und die weiteren Stopp, die überleben. Und das ist meine Idee oder mein Tipp. Macht das ebenfalls. Macht einige Stops ein bisschen enger. Dann habt ihr ein bisschen mehr Gewinne abgesichert und macht einige Stops ein bisschen weiter, dass ihr die Position nicht alle schließt, sondern wenn der Kurs dann tatsächlich irgendwie sowas macht, anschließend wieder dreht, dass ihr dann noch mit dabei seid. Das heißt, meine nächste Aufgabe ist ungefähr in diesem Bereich zu gucken. 33, 800, 700, 600, notfalls 500. In dem Bereich so ein bisschen gucken, gibt es dort Umkehranzeichen, Kerzen für eine Wende. Das könnten Hammer sein, Morningstar sein, Engulfing Pattern, irgendwie sowas. Kriege ich dort im kürzerfristigen Chart, vielleicht im 15-Minuten-Chart oder sowas ein entsprechendes Bild wie hier mit Schub hoch, wackele ich runter im Kleinen. Dann kann ich natürlich ja auch, wenn ich hier Schub hoch, wackele ich runter. Im Kleinen habe ich hier ganz normal wieder meine Einstiege dann eben fahren. In der fröhlichen Erwartungshaltung, hey, Warnumweg, DAO 38, wir kommen. Aber das muss er auch machen. Auch hier gilt, ähnlich wie beim DAX, nicht einfach dann sagen, jetzt sind wir da, jetzt gehe ich einfach long. Da bin ich kein Freund davon. Ich möchte sehen, dass die anderen Marktteilnehmer sagen, Mensch, sehen wir genauso und da mache ich gerne mit. Ich bin so ein typischer Mitläufer an der Börse. Da seht ihr mal, ich bin kein Macher. Das würde ich euch empfehlen. Versucht, das auch nicht zu machen, sondern versucht, ein Mitläufer zu sein, zu gucken, was machen die anderen und dann sagen, hey, da bin ich, ich habe es euch immer gesagt, ich laufe auch mit. So in der Richtung. Klingt ein bisschen eigenartig an der Börse, aber durchaus nicht ganz doof. Wie sieht es beim S&P aus? Beim S&P und Nasdaq, den müssen wir nicht so intensiv besprechen, denn das Prinzip ist ähnlich wie das, was wir beim DAO hatten. Wir hatten gesagt, na, eigentlich, wenn es noch mal nach oben geht, kriegen wir noch mal eine fünfte Welle. Das war mein Lieblingsszenario in dem Fall gewesen. Er hat es nicht gemacht. Er ist dann auch nicht korrektiv runter. Also das heißt, alle meine Long-Ideen hat er nicht auch nicht ansatzweise verwirklichen wollen. Müssen wir ihm keinen Vorwurf machen. Aber once more, ich werde nicht müde, euch das immer wieder zu zeigen. Kauft nie am höchsten Punkt eine Aufwärtsbewegung. Wenn ihr jetzt sagt, ah, guck mal, jetzt sind wir da weiter. Das geht manchmal gut. Hier ging es ganz gut. Hier war es jetzt auch nicht ganz schlecht. Aber es ist statistisch gesehen so häufig, dass er einmal drüber ditscht und danach umdreht. Seid da sehr vorsichtig. Ich will nicht sagen, macht es nie. Wir machen das nicht. Viele Institutionelle machen das nicht. Man kauft nicht am höchsten Punkt. Man kauft, wenn, dann ein Zwischenhochs irgendwo ein. Das ist besser, aber nicht am höchsten Punkt. Denn häufig sagen die Institutionellen, ja, okay, dann hören wir auf mit Kaufen. Und wenn da nicht genügend Freiwillige nachrücken aus dem privaten Sektor, dann fällt der Kurs halt wieder in sich zusammen. Und dann hat man am höchsten Punkt gekauft. So, also insofern, für Kaufen bin ich ja eh nicht so ein ganz großer Freund, was die fünfte Welle angeht. Also das war die Idee, fünfte Welle noch, dann die Korrektur und dann Einkaufen. Hätte ich super gefunden. Aber auch hier habe ich nicht das gekriegt, was ich bräuchte, um zu kaufen. Und wir müssen wahrscheinlich auch hier jetzt damit rechnen, dass wir wahrscheinlich nochmal hier unten irgendwo hin landen. Also ich rechne mal vorsichtig mit, dass wir eine realistische Chance haben, das ist nicht zwingend, aber eine realistische Chance haben, dass wir nochmal Richtung 4350, also 4350 irgendwie runtergehen. Würde mich zumindest mal nicht wundern, wenn das hier in dem Fall ebenfalls passieren würde. Das wäre allerdings noch kein Drama, denn wir haben gesagt, diese Korrektur darf ungefähr in diese Box gehen. Wir hatten hier schon einen ersten zaghaften Versuch. Na ja, gut, dann müssen wir jetzt vielleicht davon ausgehen, dass er das Ganze nochmal macht. Also ihr seht, in diese Zone, das wäre jetzt kein Drama. Das würde nicht großartig was kaputt machen, sondern im Prinzip nur diese Größenordnung, die wir hier haben, einfach nochmal bestätigen im Sinne von einer Korrektur. Also das bullische Bild ist noch nicht kaputt. Aber jetzt würde ich jetzt nicht auf kaufen gehen, nicht in diesem Moment. Wer noch long ist, wer noch ein paar Positionen mit weiteren Stops hat, Stops für den Index würde ich im Moment irgendwo hier unten verorten, vielleicht 4300, 4320 irgendwie. Also ein bisschen tiefer, also schon ein bisschen tiefer als das. Ein gewisser Sicherheitsabstand, der scheint mir da durchaus gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob Supertrend vielleicht ein Hilfsmittel ist. Der wäre mir zu eng. Ihr seht, er hat hier nochmal nachgezogen. Da würde man bald rausfliegen. Ihr seht das hier, da oben ist der bei 399. Den finde ich nicht passend, weil ich erwarte ja, dass er bis dahin locker runter gehen kann. Da finde ich das nicht clever. Entweder hätte ich einen enger ranziehen müssen, damit ich hier oben rausfliege, oder hier unten, damit ich dieses Ding noch überlebe. Aber jetzt da so auf halber Höhe, das ist weder Fisch noch Fleisch. Also insofern in diesem Fall passt der Supertrend nicht, zumindest nicht auf Tagesbasis in der Einstellung. Parabolik passt auch nicht. Das heißt, entweder muss ich dann mal gucken, ob ich die Parameter verändere, oder ich muss gucken, ob ich auf einer übergeordneten Ebene, die finde ich ein bisschen arg weit weg hier, ehrlich gesagt, zur Not. Also wenn ich ganz wenig nachdenken will, würde ich wahrscheinlich Parabolik auf Wochenbasis noch machen. Aber ich würde mich eher orientieren an den Größenordnungen hier, denn wir haben ja Vergleichsmuster. Irgendwie sowas in dieser Größe müssen wir mit rechnen. Plus, Minus, kann ein bisschen größer sein. Wenn es nicht diese Größe ist, dann wäre die nächste Größe an Korrektur die hier. Ich habe es jetzt nicht so korrektiv gezeichnet, aber man sieht, dass sie überschnitten ist. Also das war korrektiv. Das heißt, die nächste Größe wäre dann hier unten. Das heißt, entweder Stopp hier oder Stopp hier unten. Und den finde ich zu weit, auch wegen der Überschneidung. Also den finde ich im Moment nicht attraktiv. Also ich würde ungefähr in dieser Größenordnung, aber man sollte immer ein bisschen was oben drauf oder in dem Fall unten drauf geben, denn es besteht ja eine realistische Chance, dass diese Größenordnung, die wir da haben, ein bisschen noch mal unterschossen wird. Jetzt habe ich eine Linie weggezeichnet, die machen wir jetzt gemeinsam noch mal, nämlich diese hier. Dann haben wir da wieder dieses Cluster. Das ist jetzt nur mal so eine grobe Idee als Orientierung. Die da unten brauchen wir theoretisch nicht. Die können wir alle aufräumen. Es geht tatsächlich erst mal nur um gleiche Größen. Ja, also rechnet damit ungefähr 4.350 finde ich zu knapp. 4.300 vielleicht okay, vielleicht eine Idee zu tief, aber im Zweifelsfall auch da lassen für die längerfristigen. Und denkt dran, macht ein paar enger, macht ein paar weiter. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann habt ihr von beiden ein bisschen was und nie die ganz schlechteste Lösung. So, was haben wir noch? Nasdaq, der ist natürlich genau das Gleiche. Also auch hier hatten wir ja gesagt, naja, könnte durchaus weitergehen, wobei wir schon angedeutet haben, wenn er dieses hoch durchstößt, also das war eine Stopp-Marke, die wir gestern eigentlich mal angedeutet haben. Wenn er dieses hoch durchstößt, ist es nicht ganz so toll hier, diese Zwischenhoch-Marke. Wobei man dazu sagen muss, das ist beim Nasdaq ein bisschen anders noch. Guckt euch mal das genau an. Eigentlich kann man sagen, wir sind das, das war hier der große Rücksetzer. Wir hatten das, dann hatten wir hier einen Rücksetzer. Überlappungsfrei und sind nochmal einmal nach oben. Das ist eigentlich mein Wunsch-Szenario. Das nächste, was ich gebraucht hätte, wäre Korrektiv und da scheitert es im Moment, weil diese Abwärtsbewegung sehr impulsiv ist. Das heißt, im Moment ist die Abwärtsseite mir zu stark. Der Nasdaq, wenn der jetzt allerdings tatsächlich noch so was hinbekäme, dann wäre das fünfwellig überlappungsfrei hoch. A, B, C und böte mir hier sogar eine Long Chance. Dann bräuchten wir jetzt aber relativ bald hier eine Korrektur nach oben und dann nochmal einen nach unten, um dann im Prinzip das, was wir hier vorne haben, nach oben. Also der Nasdaq ist der, der mir fast am besten gefällt. Wichtig, ich bräuchte aber jetzt bald eine Gegenbewegung und nochmal eine nächste Abwärtsbewegung, damit ich hier diese A, B, C, dreiwillige Korrekturstruktur bekomme und den Trigger dann eben auf der Oberseite oder wieder im Nahkampfchart, wie ich das bei den anderen eben schon beschrieben habe. In welcher Größenordnung sollten wir uns bewegen? Messen wir mal Fibonacci, tiefster Punkt, höchster Punkt. Der Kurs müsste hier reinlaufen und das müsste er idealerweise korrektiv. Das ist im Moment nicht so gut. Es gäbe noch eine andere Variante, die ich mir sogar noch vorstellen könnte, dass wir hier tatsächlich nur eine A, B, C hatten, das jetzt eine Korrektur ist und wir direkt nochmal nach oben gehen. Das würde aber zwingend bedeuten, dass dieses gesamte Muster korrektiv ist, weil das hier dreiwellig ist und anschließend nochmal nach unten geht. Also das heißt, alles, was ich jetzt hier auch als bullisches Bild habe, steht in dem Verdacht, erst nochmal nur so eine Zwischenbewegung zu sein. Also ich bin nicht gegen Bullisch hier, aber wir müssen damit rechnen, dass wir hier von dort aus gehen, nicht direkt Richtung Allzeithoch und weiter, sondern dass wir hier eben tatsächlich hier ausbrechen über die Juni-Hochmarke und dann wird hier neu geguckt. Denn wenn das so ist, dass das hier schon die komplette Korrektur ist, seitwärts Korrektur, ein Flat, dann wäre das dreiwellig und dann würden wir hier hinten eigentlich auch nur einen Dreiweller erwarten und dann wäre es quasi zwingend, dass der Kurs nochmal nach unten geht. Die andere Alternative, das ist tatsächlich ein Fünfweller, dann brauchen wir aber nach der A eine B und nochmal eine C. Killermarke, in dem Fall 14.977 beim Future. Das heißt, alles, was oberhalb ist, ist für mich noch in Ordnung mit Trigger hier für die Long-Seite. Der ist ein bisschen tricky, da müssen wir nochmal drauf gucken. Ich vermute, dass wir bis morgen da jetzt nicht wirklich was Dramamäßiges erleben. Das heißt, da müssen wir morgen nochmal genau drauf gucken. Vielleicht mache ich morgen den zeitlichen Fokus auf den. Der ist jetzt am spannendsten. Der bietet zwar mehrere Möglichkeiten, das verwirrt viele, weil ja, das kann sein und das kann sein. Ja genau, das ist die Aufgabe des Händlers, mit diesen verschiedenen möglichen Varianten zu handeln, nämlich zu überlegen, ich weiß noch nicht, welche der Varianten passiert, aber wie kann ich den Trade so gestalten, dass die Mehrheit der Varianten, die typisch sind, mir in die Hände spielt. Sprich, wo muss ich den Stopp machen, damit ich dabei sein kann, bei möglichst vielen dieser Varianten. Viele hoffen immer, nein, du musst jetzt wissen als Profihändler, welche Variante passiert. Und das weiß ich genauso wenig wie ihr. Allerdings hoffentlich die Fähigkeit eines Berufshändlers ist es, auch in der Unwissenheit, welche dieser Varianten jetzt gespielt wird, die Gestaltung so vorzunehmen, dass möglichst viele der möglichen Szenarien für mich vorteilhaft sind. Und nur wenn einige der wenigeren, wahrscheinlicheren, falschen Richtungen passieren, dass man dann sagt, okay, da fliegt dann halt raus. Dafür ist der Stopp dann da, dann ist es dann halt so. So, sehr spannend. Wir gucken noch mal ganz kurz hier im ganz kurzen Chart. Da tut sich noch nichts im 5-Minuten-Chart. Sonst hätte ich gesagt, wenn sich hier vielleicht schon irgendwie was tun würde, vielleicht könnte man da mal versuchen longen. Aber das ist für mich jetzt auch noch keine Long-Situation. Also insofern da noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Es sei denn, ihr macht hier im Intraday-Bereich, wenn da ein bisschen wackelig hochkommt, also das könnte ja im Laufe des Nachmittags noch so aussehen. Da könnte man sicherlich eher noch mal die Abwärtsseite entweder halten, falls ihr noch short seid, dann auf diese kurzen Zeitebene, beziehungsweise vielleicht einen kurzen Zwischenschort machen. Aber ihr seht, hier wird es jetzt spannend, ob wir da nicht entweder das oder sogar vielleicht den Anstieg noch mal kurz Richtung 15.500 bekommen. In diesem Sinne will ich es an dieser Stelle jetzt erstmal darauf beruhen lassen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was damit anfangen könnt, dass ihr nicht in Panik und Sorge gerät. Es ist noch nichts wirklich kaputt gegangen. Es sind immer noch in dem Rahmen, den wir ja im übergeordneten Bild abgezeichnet haben. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das Beste aus der Situation machen könnt und sage ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.